ich bin jetzt gerade beim co-op äh quatsch beim icr-store und habe ich mir dieses paket habe ich reise das kostet 33 euro nach deutschland zwei kilo das kostet hier das paket habe ich mir nur geholt da sagte mir der wenn ich es mit schenker versende dann sei es günstiger das sei bei co-op und das ist wohl ein kilometer in die richtung und das heute schaue ich mir an zusätzlich gibt es noch ein paar an aber ich glaube ich mache dann erst beim co-op eine pause und doch wieder hier erst mal an markt die meinten ich soll zur tankstelle gehen in tankstelle meinte dann hin und her die haben telefonie dann soll ich hier hingehen jetzt habe ich 3,8 kilo verschickt für 40 euro aber naja besser als den ganzen kram herumzuschleppen und weiter geht's so 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 Ja, ich bin jetzt bei der stillen Kapelle angekommen und heute habe ich irgendwie überhaupt gar keinen Bock. Irgendwie alles Kacke. Es ist ständig Regen und wieder Sonne und Regen und Sonne und Wind. Es kotzt einen richtig an, wenn man die Kleidung wechseln muss. Alles ist nass, wieder trocken, dann ist es wieder warm, dann muss man wieder ausziehen. Irgendwie ist ja nichts los, keine schöne Stadt. So trist und öd. Aber ich denke mal, das wird hoffentlich besser. Bis zur nächsten Stadt habe ich gerade gesehen. Es gibt gar keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Es sind 43 Kilometer von hier aus. Das heißt, viel gehen. Beziehungsweise, ich gucke mal heute, wie viel ich heute noch schaffe. Heute habe ich 20 Kilometer. Vielleicht schaffe ich ja noch 10, dann hätte ich ja nur noch 30 morgen. Könnte ich es bis zur nächsten Stadt schaffen? Mal schauen, weil das geht dann nur durch Waldgebiet durch. Ich weiß gar nicht, ob man da so schnell laufen kann. Ich habe das Paket, bin ich ja losgeworden, vorhin mit 3,8 Kilo. Es geht wesentlich besser. Ich kann wesentlich einfacher laufen. Das ist auf jeden Fall besser. Wo bin ich? Auf einem Campingplatz. Habe ich mich doch zu entschlossen, weil das Wetter die nächsten zwei Tage richtig kacke sein soll. Naja, und der kostet 13 Euro. Hier gibt es Internet, hier gibt es Strom. Duschen sind inbegriffen. Es ist eine Tankstelle mit ganz vielen Sachen gegenüber. Ich habe mir jetzt gerade ein bisschen was eingekauft. Hier gibt es Räume, da kann man sich reinsetzen, da hinten. Da ist Stromanschluss. Das heißt, ich kann endlich mal meine Videos nachbearbeiten. Oder bearbeiten. Und ein bisschen hochladen. Ach ja. Und sie meinte, ich kann noch länger bleiben als 12 Uhr. Ist gar kein Problem. Vielleicht bleibe ich ja morgen auch noch, ich weiß es nicht. Erstmal heute Abend Videos bearbeiten und so ein bisschen. Yo. Das Zelt steht. Hier gibt es so ein kleines Häuschen. Am ganzen Tag die Sonne drauf scheint. Und es ist dementsprechend schön warm, aber perfekt. Es gibt Strom. Das WLAN reicht zwar nicht bis hier. Aber zum Hochladen der Videos gehe ich hier nachher einfach rüber. Ich glaube, das war es soweit von heute. Ich bearbeite jetzt noch ein paar Videos. Und dann gehe ich schlafen. Und morgen schaue ich mal. Wenn ich heute nicht alles schaffe, kann ich morgen glaube ich hier machen. Ich kann hier ein bisschen länger bleiben. Alles klar. Macht's gut. good. Bis zum nächsten Mal.